Ich habe heute am Morgen mit dem Gassanos Dressurprogramm gelitten und jetzt mache ich nur eine Korrekturlektion, weil mir auf linke Hand ist mir die Schulter herein nicht so gut gelungen. Es ist mir immer auf die rechten Schultern ausgefallen. Und jetzt würde ich anfangen von den Übungen vom Einfachen in Schwere und zwar zuerst die Längsbiegung zu korrigieren mit der diagonalen Hülfengebung und dann nachher würde ich das Schulter vor reiten und dann in der letzten Phase würde ich das Schulter herein reiten. Ich habe nun meine Korrekturlektion beendet. Ich hatte ein gutes Gespräch mit den Experten und es hat mir gezeigt, dass mein Gefühl eigentlich gestimmt hat. Sie haben genau dieselbe Rückmeldung gegeben.